So, wir haben heute wunderschönes sonniges Wetter und da habe ich mir gedacht, wir machen einen schönen Mittagsspaziergang. Die Jungs und ich bin mit Nui und Anton unterwegs. Zwei verstehen sich super, aber Nui versteht sich eh mit jedem gut. Ja, total angenehm mit Nui zu laufen, der läuft wirklich gerne, passt sich schön im Tempo an, ist flott unterwegs ohne zu ziehen. Sehr interessiert, was gibt es hier zu essen, Äpfel? Ja, schnuffelt gerne und genießt es wirklich draußen unterwegs zu sein. Ist aber auch in der Wohnung schön zu handeln, also ist für alles zu interessieren, macht gerne so Spiele, kuschelt aber auch gerne. Aha, die anderen gehen wieder, die komplizierten sind. Hi Schatzi! Hi! Ja, du bist so süß, ne? Was hast du gefunden? Hallo? 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 Tschö, habe ich nicht mit dir. Vielen Dank.